Nicht mein Hintergrund, ob ihr beide bei mir drin wart. Oh, die Wüsten-Map mal wieder. Die haben sich ja gerade eben geupdatet. Weil ich hab gerade eben das Update reingekriegt. Ja, ich hab das Update auch noch gemacht, vorher noch. Da ist wahrscheinlich jetzt die Maps wieder drin. Weil die... ne? Da hoffe ich mal, dass dann auch die Schnee-Map wieder drin ist. Ja, Schnee-Map mach ich eigentlich. Ich hab mir extra noch den Schnee-Outfit gemacht. Wirst du es versehen? Ich hab ja auch ein Schnee-Outfit. Also ein Weifel-Outfit. Blompf-Busher! Blompf-Busher! Tada! Das musste auch noch so wie... Darth Vader zu mir sprechen. Luke, ich bin dein Vater. Und ich bin der Mutter! Oh, bei Heike ist er geflogen worden. Oh Gott! Kannst du dich mal verpissen? Bruder! Verpiss dich! Tschüss! Join! Oh, Peter! Du musst was angucken. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Aber das Outfit ist cool, aber die Schuhe und die Mütze passen nicht dazu. Irgendwie nicht. Aber das Outfit ist schon mal geil. Ja. Hier eben noch allein im Panzer. Leoparden-Style. Klatsch mir in die Hände. Ich guck jetzt vor einer der Tüten rein hier. Hehehehe. Ey! Was? Ich bin dafür, dass wir Heike folgen. Ohhhhhhh! Ich folge Peter! Ohh! Ohhhhhhh! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Was? Oh stinkt dir! Kannst du wieder einen abseilen lassen? Was? Ich kann sehr wenig! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Was? Ich entscheide, wo du hier gesagt hast, okay? Ich darf Heike, Heike soll es entscheiden, heißt ich. So, und Peter entscheide ich jetzt im Endeffekt am Ende. Oh, das darf ich nicht, weiß nicht, keine Ahnung. Ja, komm. Hier ist Berlut, wo mein Punkt ist, glaube ich. Was denn jetzt? Ja, wo du am erstes markiert hast. Sag ich doch. Tschüss. Juhu. Er folgt mir aber trotzdem. Ja. Ist das wieder Eis? Nein. Was machst du? Meine Hände haben schon wieder einen Hautausschlag. Es juckt. Dann nimm da eine verdammte Kräme. Warst du schon glücklich, dass ich einen Fallschirm habe? Ich habe jetzt einen schwarzen Fallschirm. Ich habe den ersten Squidfighter, den mache ich immer noch. Ja, ich weiß. Wie toll war dein Fallschirm denn? Aber ich, weißt du, warum ich jetzt gerade eben glaube, dass sie die Maps bearbeiten? Was? Wegen den Blutschips. Weil hier war, hier war, hier war nie ein Blutschip aktiviert. Jetzt ist er mittlerweile drin. Vielleicht machen die das wirklich so, dass sie das jede, jede Runde und jede Map machen. Das finde ich echt geil. Weil, denn Blutschip ist das gerade eben neu auf der Map. Ja, aber es ist immer sehr sinnvoll, weil, wie gesagt, ich nehme mal eine Granate mit, ne? Granate, Granate. Ich muss aber jemanden downen damit, das ist halt echt schwer. Also, ja. Oder ich kann ihn einfach nur finishen, das werde ich gleich rausfinden. Was ist meine Aufgaben eigentlich noch? Die rechtne Militärverse Level 3 gefunden. Ist doch schon ordentlich. Nein, Junge. Was ist das? Der King. Klar, Provi. Ich nehme mir die Geagel mit. Weißt. Ich habe eine Stachelfalle. Die ist echt kacke. Ich weiß. Gibt es hier noch eine Ace? Aber ich will ja keine Ace haben. Ich habe gestern ein bisschen YouTube geguckt mit meinem Schatz im Bett noch, ne? Die sind überall und nirgendwo. Wir haben nicht so weit zu 2, ne? Das ist schon mal gut. Hui. Schnell Zugriff. Iiiiih, jetzt habe ich diese perfekte Waffe aufgesammelt. Das wollte ich doch gar nicht. Hä? Nee, ich will nicht. Geht noch ein Zweier-Helm, wenn jemand braucht? Hab ich so'n. Glaube ich, ja. Wenn jemand braucht, habe ich gesagt. Ist ja in Ordnung. Brauchen nicht. Okay. Ich habe ein Level-3-Helm-Rucksack gefunden. So. Na, dann gönn dir den erstmal. Ja. Gönn dir. Gönn mir. Ich gönn mir. Ja, so, wo geht's denn jetzt hin? Königreich, gönn dir. Da hast du schon alles gelootet, oder? Da gibt's denn hier noch wieder Waffe. Und er ist 12. Ist ja wieder eine Schroppflinte. Ich will gerade keine Schroppflinte. Ah, doch mal. Hier, ich muss doch, ich muss doch irgendwie Brechstange und sowas sammeln. Und Pfannen und am Arsch. Was? Naja, ich meine hier, so, wie heißt das? Du musst doch... Ein Schalldämpfer! Äh... Du musst doch... Ah, ein Schalldämpfer! Ich muss doch hier diese Wurfwaffen sammeln. Das ist doch die neue Wochenmission. Ja, ich muss auch. Die Frage ist, ob das zählt, wenn man die einfach mitnimmt. Eigentlich schon, oder? Hm, guck mal doch mal. Ja, die da. Ah, also die Rien spritzen muss ich mir reinhauen, halt. Die müssen wir erst mal finden. Ja. Ich muss immer noch... Warte, wie viele Kids muss ich mit der MP machen noch? Äh... Drei Kids mit MPs, Alter. Kann man nicht Sniper nehmen? Braucht jemand für den MP noch einen Schalldämpfer? Ja, ich. Wo war's? Magier mal bitte. Habt ihn dabei, kommt zu dir. Okay. War der so nett zu dir. Äh, sie. Mein Gott. Dankeschön. So. So schön. Wofür war das? Brauchst du was, irgendwas? Ne, brauchst du auch noch einen Vierfach? Äh... Wäre geil, gehst du einen Zweifach. Ne, ich hab einen Vierfach schon. Okay. Habt ihr es, oder? Ich finde nur Smokegranaten. Smokegranaten. Hä, ist ja das, was hier in den Rucksaal zu schwarz? Dann kannst du mal, oder auch weiß. Ne, der... Der erste ist weiß, der zweite ist weiß. Achso. Also der andere ist weiß. Dann würde ich mal sagen, dass wir langsam mal los machen, ne? Boah. Noch Zeit dran, Minuten, bis die Sonne kommt. Ja, ich hab hier mit Sieg und... Ja, hier ist aber nichts mehr. Ne, nur, hier haben wir noch andere Häuser. Und wo ich grad drin bin, zum Beispiel, da gibt's nur noch ganz viel Zeugs. Weiß ich, wo du bist? Nein. Na, hier. Ich bin zufrieden mit meiner Ausrüstung. Haben wir gerade eine 416? Oh, ich hab ein Sechsfach gefunden. Geil. Auf vier verreicht. Wer möchte? Was ist das für den Namen? Also gibt's, gibt Peter. Er ist auch noch in der Stachelfalle. Was hast du gerade zu mir, Dünnwiff, Peter? Na, gibt's Peter, hab ich gesagt. Achso, oh mein Gott. Alter, was hörst du da von Scheiße, ey? Keine Ahnung, freil mich auch gerade. Peter ist noch müde. Ich sammel hier gerade irgendwelche sinnlosen Sicheln und so. Sicheln? Ich tausche die einfach nur aus. Na, kannst du den Sicheln nicht? Doch, aber warum? Na, wegen den Wurfwaffen sammeln, du Nase. Ist doch die Wochenaufgabe. Die Wurfwaffen sind auch Granaten. Ist doch scheißegal, was du sammelnst. Hauptsache, du sammelnst was. So, auf die Post. Ich renne hier mal los. SKS. Ist auch ein schönes Gewehr. Vergoldete SKS. Ach, der ist perfekt. Ich habe keinen Platz mehr. Hab doch nur drei Sicheln hier drin. Gut. Ich habe also nicht mal drin. So, gucken wir uns das Ganze mal an, hier. So, was gibt es denn jetzt hier? Gibt die Zone langsam, weil die Tone kommt ganz langsam. Können wir ja schon mal ganz langsam drauf. Ich versuche uns gar nicht zu. Was mache ich? Egal. Wo wollt ihr denn jetzt, ne? Wir wollt ihn die Tone schoten. Oh, Alter. Geh bitte pennen einfach. Nee. Ich muss keine Hakenkills machen. Musst du den Energie mit... Oh, da ist ein Traktor, aber der fährt nicht mehr. Ich habe keinen Platz. Doch, habe ich noch. Da ist ein Traktor, aber der ist kaputt. Ich will Traktor fahren. Alter. Ich habe eine Sniper, ich würde es nicht machen. Da habe ich ein bisschen größere Chancen. Ich weiß nicht, bei deinem Aim ist das ja generell, ne? Ah, guck mal, da hat jemand eine Vektor mit Schalter einfach. Ja. Die goldene Vektor sogar. Ich habe auch eine goldene, mittlerweile. Ich hätte sogar eine goldene SKS. Keine Ahnung. Ich will aber noch hier die gewollte Dämmar fluten. Heike, guck mal hinterher, Peter. Was? Das blaue ist... Was blau ist hinter Peter. Ja. Jetzt ist es nicht vor mir. Wir können in dieser Häuserei gehen. Zum Looten. Wie weit haben wir uns denn zur nächsten? Ah. Hm. Ich würde sagen, wir müssen durchlaufen, ja. Ja. Ich würde mal kurz mal einen Blick hier rein riskieren und dann weiterlaufen. Ich würde sagen, wir müssen durchlaufen, ja. Wie weit. Hier liegt der sich... Nix interessantes hier... Nö... Na wasser... Das sind's... Oh hier ist ein Motorrad... Äh... Nordwesten... Hä? Äh... Was? Lass hier... Komm mal umdrehen, okay? Alles... Da fährt er irgendwo lang... Der ist nicht mehr so'n Trappeltier... Ich? Hi... Meika kommst du? Ja... Ich halte nebenbei nach Gegnern Ausschau... Der Trappeltier ist aber richtig... Na klar... Du sagst genauso... Ich höre die auch hinten links neben mir... HINTEN LINKS! Hehehe... Ich hab nicht auf den Mund wieder geguckt... Ähm... Auto? Motorrad... Ne... Quart... Der fährt in die Zone rein? Was macht der denn da? Keine Ahnung... Ach der ist... Holt er irgendwann ab... Na? Wolltest du's grad nicht machen? Nein... Hehehe... Aber du hast... Aufn Abzug... So bisschen... Hehehe... Hat sich überlegt... Mach es doch... Mach es nicht! Hehehe... Der Stand hatte ich überlegt... Aber dann wo er losgefallen hat... Da dachte ich kein Bock mehr... Und dann was auch... Ich mach dich halt so ne... Haben wir irgendwo... Haben wir irgendwo nen Auto? Die ersten beiden Zonen sind halt immer ziemlich schnell, die kannst du halt nicht überwinden Die 3er und die 4er, die sind langsamer Ich hab hier ein Auto, aber es ist nur ein Zwei-Sitzer Na dann fahr du erstmal mit einem Zwei-Sitzer Hä? Nimm Heike bitte Nimm Heike bitte Nimm Wetzel mit Na euer Ernst wird verleben Hahahaha Fahr mal los und du mal ein Zwei-Sitzer Lass mich jetzt erstmal bisschen Drogen nehmen Ja vorne ist ja schon die Zone, also brotst du Ach scheiß drauf Wer wirds mit anlaufen Geht, das geht das auch Werden beschossen Werden beschossen Hallo Hallo Ja Junge Sind nicht mal in ner Zone und schießen auf uns Das ist so behindert Wer ist denn nicht? Wer ist denn nicht? Wer ist denn das ungefähr? Ne Wir waren in ner Zone wie wir und haben uns einfach beschossen Ich stehe sehr ungünstig Ich stehe sehr ungünstig Boah ALTER Also ich bin Sch- ich sterbe Schön genug Den kannst du sterben lassen vor der Zone Ich fackel den ab, ja Fackelst ihn ab Lass ihn einfach sterben vor der Zone Alter, ich hasse den ab, ja Wenn wir mal wieder Glück haben mit der Zone Oh Das ist ja vergessen, müde nicht Da rennt einer Oh, das war kein Team? Da sind die Typen, die euch abgeschossen haben Ach scha... So komisch, wenn man schon in der Zone ist und einfach auf die anderen Keys, die einfach rennen wollen in die andere Zone Oh, Wahnsinn, das ist ein Keystrategium In der Smoke! Kann ich nicht so oft schießen, weil über mir sind welche Ja, alles gut Die waren so gut ausgerüstet in meinen Augen Ja, das ist ein Kopf Ich hole den Computer Das ist ein Auto Ech, ech. Hä? Warum fällt da wieder ein... Hä? Ich fasse selber nicht Aber das ist doch nur ein 2-sitzer Das hat ja nur noch umgefahren und das ist ja dumm Ach egal Den hast du jetzt nicht bekommen Ich hab ihn einmal getroffen Auf jeden Mal Aber es ist irgendwie komisch eine 4-fach für sie zu erzielen Hast du nicht ein Deckfach von Heike bekommen? Nein, es ist ein 4-fach Ja, der erste... Hat ja nicht mal nachgefragt Hat er denn ein Auto? Mit skin... Ja, nicht ohne Ziehen wir schon mal in den Top 10 Oh Mann Oh Mann Hey Wann hat da auch gerade jemand getroffen? Weil die kriegt da einer Ja Jetzt war ein bisschen zu schnell für das Kriechen oder? Der hat... Mit dem wir hier nur wissen Und wo wurden wir jetzt beschossen Genau, die waren in der Zone hinter uns Dann schießen sie trotzdem auf uns Dann schießen sie trotzdem auf uns Dann schießen sie trotzdem auf uns Letztes... Es ist mittlerweile ziemlich oft Dass die dieses Backtif nehmen Ja Oder die MK12 bei mir gerade Ne, ich meine Das Backtif ist ein Ausrüstungsgerät Aber egal Ja, aber... Bei mir hat sie ja gerade eine Drohne... äh... Drohne gehabt Bei meinen Kill Geil, Heike... Hä, wie? Achso, ja, der ist von der Zone gestorben Ich dachte nicht, wie hast du den Kill mit 10 K... Einiges ist... Einiges ist... Das ist ja unfair Weil einiges ist das mein Kill Ich hab den nämlich eigentlich... Fünfmal getroffen Ha, ha, ha Und der ist dann von der Zone Und der ist dann von der Zone Und der ist dann von der Zone Und der ist dann von der Zone